Herzlich willkommen zum 16 Uhr Vortrag im Saal 2 des 27 C3. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg gefunden habt aus der Mittagspause zurück. Das ist ein Vortrag, der liegt mir sehr am Herzen, weil es ein Thema betrifft, das sich erst so langsam in das Herzen der Nerds erobert hat im Verlauf des letzten Jahres, vielleicht auch ein bisschen länger. Und mir wurde versprochen, dass es ein unterhaltsamer Vortrag wird und dass wir spannende Zero-Day-Problematiken aufgezeigt bekommen. In diesem Sinne wünsche ich Unicorn und euch ganz viel Spaß beim kommenden Vortrag. Ja, ein wunderschönes Guten Morgen auch von mir. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Zensus beschäftigen. Das Thema haben wir ja sozusagen im CCC-Umfeld erstmals auf der SIGINT bearbeitet und seit da hat sich doch einiges entwickelt, was ich dann heute auch ein bisschen vorstellen möchte. Anfangen wollte ich mal so als Einstieg, ist ja immer toll, wenn man so einen historischen Kontext hat, mit eben genau diesem. Ich habe jetzt mal nur das 20. Jahrhundert gewählt, weil Volkszählung ist was, was sich so mythisch schon durch die Religionsgeschichte auch zieht. Also wir hatten ja gerade dieses komische christliche Fest mit Weihnachten, wo auch die Volkszählung eine Rolle spielt angeblich, auch wenn das ganz lustig ist, weil es gibt zwei Evangelien in der Bibel, wo die drin vorkommt und die widersprechen sich auch noch, wie sie eigentlich stattfand, die Volkszählung. Das ist toll. Aber gut, 1917 hatten wir in Deutschland eine Kriegszählung und während dieser Kriegszählung, das war halt ganz wichtig, weil man musste halt irgendwie, um so zum Beispiel Lebensmittel planen zu können, also wenn man nicht mehr so viel hat, dann muss man ja sinnvoll verteilen und deswegen hat man dann versucht, eine Volkszählung zu machen. Das stößt natürlich im Krieg auch auf gewisse Schwierigkeiten. Dann hatten wir 1933 und 1939 auch im Dritten Reich Volkszählungen. Man kann ja dem Dritten Reich vieles unterstellen, aber unterorganisiert war es sicherlich nicht, zumal auch der Nationalsozialismus an sich in seiner Ideologie hat halt immer nach Begründungen gesucht, warum jetzt zum Beispiel die Juden oder wer auch immer schlimm ist und da haben sie in der wissenschaftlichen Statistik zumindest keinen Widerspruch gekriegt, wenn ich das mal so formulieren darf. Außerdem ist es natürlich wichtig, wenn ich den totalen Krieg vorbereite, dass ich halt meine Ressourcen möglichst genau einteilen kann. Dazu wurden halt so Sachen wie das Arbeitsbuch oder das Gesundheitsstammbuch und dann natürlich auch sowas wie der ARIA-Pass und die Meldepflicht wurden dann eingeführt, einfach damit die Personen besser erfasst wurden, um dann sie halt im Krieg einsetzen zu können, sage ich jetzt mal wertneutral. Auch nach dem Krieg wurden weiter Volkszählungen durchgeführt. In Deutschland hat sich da Siegfried Koller sehr hervorgetan, zu dem Michael Ebeling, der in der zweiten Reihe sitzt, ein bisschen was rausgesucht hat. Also das war ein sehr strammer Statistiker, der auch schon während dem Dritten Reich sehr strammer Statistiker war, um es mal so zu formulieren, und auch aktiv an der Mitarbeit beteiligt war von den ganzen im Dritten Reich durchgeführten Volkszählungen. Und dieser Mensch hat dann nach dem Dritten Reich den sogenannten Mikrozensus entwickelt, mit dem ja heutzutage immer noch Leute beschickt werden und gequält werden. Das ist also so seine Fortführung der Tradition gewesen, muss man schon sagen. Natürlich gab es auch in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone, die dann später DDR hieß, Volkszählungen. Da wurde dann 1981 die letzte gemacht. Die wollten dann 1991 noch eine machen, 1991 glaube ich, und die ist dann überraschenderweise ausgefallen. Auch in der Bundesrepublik wurden weiterhin neben dem Mikrozensus wurden auch noch Volkszählungen gemacht, also Vollerfassung des Volkes. Das war 1983 ja eine etwas größere gesellschaftliche Debatte, als die Bundesregierung damals eben diese Volkszählung machen wollte und sich dann zum ersten Mal ein sehr breiter gesellschaftlicher Widerstand gegen diese Form von Datenstriptease gebildet hat, woraufhin es dann eben zu dem vielleicht von einigen schon gelesenen berühmten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts kam, was die Volkszählung 1983 erst mal gestoppt hat und auf ein etwas gesünderes Maß zurechtgestutzt hat. Und die ist dann, was viele auch nicht wissen, die Volkszählung wurde nicht verboten damals, sondern die Volkszählung wurde nur in der Form verboten und ist dann tatsächlich 1987 abgeändert durchgeführt worden. Das ist was, was ich in vielen Gesprächen festgestellt habe, viele nicht wissen. Also die Volkszählung, die 1983 durch das Volkszählung zurecht gestoppt wurde, wurde 1987 erfolgreich durchgeführt oder mehr oder weniger erfolgreich jedenfalls. Ja, da möchte ich auch gleich mal auf dieses berühmte Volkszählungsurteil eingehen. Die Entscheidung, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 1, 65, also erster Senat, Entscheidung 65, da ist vor allem die Randnotiz 154 extrem interessant. Auch wenn ich jetzt aus, also ich kann euch nur empfehlen, das gesamte Urteil mal zu lesen, das ist echt toll, aber gut, es gibt Leute, die haben Spaß am Urteil lesen, andere eher am Quellcode lesen, das ist schon okay. Das Urteil, was ich halt, also den Satz, den ich sozusagen sehr schön finde, weil er sich halt auch in seiner Bedeutung auf sehr viele Themen, die wir irgendwo in unserem Chaos-Umfeld so bearbeiten, immer wieder bezieht, ist, dass wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Das bedeutet also, dass, was sich daraus ableitet, ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich muss also als Bürger, als Mensch, die Möglichkeit haben, wenigstens zu wissen, was mit diesen Informationen passiert, damit ich einschätzen kann, ob es eine Gefahr ist, die Informationen weiterzugeben. Also wenn ich bei Facebook angebe, dass ich schwul bin, dann mag das in Deutschland jetzt noch nicht so das Problem sein, im Iran wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen problematischer. Und das können Leute aber, wenn sie es bei Facebook bewusst anklicken, einigermaßen steuern möglicherweise. Wenn aber der Staat das in irgendeiner Kartei drinstehen hat, ohne es den Leuten zu sagen, dann ist das ja nicht steuerbar, weil das Risiko sich für mich entwickelt. Und das ist die Kernensens von der Information- und Selbstbestimmung, dass ich eben die Möglichkeit habe, die Abschätzung zu treffen, ob weitergegeben Informationen durch mein eigenes Handeln und nicht irgendwie durch Gesetze zu einem für mich schlechten Handeln gezwungen werde. Wozu macht man eigentlich Volkszählungen? Ich habe es ja eben im historischen Kontext schon mal so ein bisschen angesprochen. Ganz allgemein, wenn man wenig hat, möchte man es sinnvoll verteilen. Das kann Geld sein, das kann Streusalz sein, das kann Mate sein, egal. Das heißt, ich muss halt wissen, wie viele Nerds kommen zum Kongress, damit ich bei Loscher die richtige Menge Mate bestellen kann. Nichts anderes ist eine Volkszählung in dem Fall. Was halt in der Demokratie zum Beispiel noch dazukommt, ist, dass ja optimalerweise jeder Bürger das gleiche Stimmgewicht bei einer Wahl haben sollte. Das heißt, Wahlkreise sollten halt irgendwie gleich viele Wähler beinhalten, damit nicht irgendwie ein Abgeordneter von, was weiß ich, 20.000 Leuten gewählt wird und ein anderer Abgeordneter von 500.000 Leuten hat. Was in Deutschland dann auch noch aufgrund unseres föderalen Systems dazukommt, ist, dass wir sehr, sehr viele Länderfinanzausgleichszahlungen haben und auch Gemeindeausgleichszahlungen. Das heißt, Gemeinden, die mehr Einwohner haben, kriegen einen höheren Anteil aus der eingenommenen Steuer und haben deswegen auch natürlich mehr Geld zur Verfügung für ihre Ausgaben. Was man natürlich mit Volkszählungen auch machen kann, Statistiken erstellen, sprich, irgendwie, wir haben so und so viel Rothaarig in Deutschland oder wer Rothaarig ist, trinkt auch am liebsten Pepsi, ich weiß es nicht. Und natürlich auch sozialwissenschaftliche Forschung, wie zum Beispiel, wie sich Paarungsverhalten ändern über die Zeit, dass sich halt irgendwie Familienbände, die man halt irgendwie für immer fest angenommen hat, irgendwie in der modernen Zeit etwas transformieren. Das kriege ich natürlich besser raus, wenn ich eine höhere Datenbasis habe. Und wie ich ja schon angesprochen habe, wir nennen das letzte Weltkrieg ist, also in Mangelzeiten, und Krieg ist ja eine extreme Mangelzeit, gibt es halt dann so Sachen wie Lebensmittelverteilung, die natürlich auch gerecht stattfinden sollte. Und was man damit aber leider auch machen kann, ist die Deportation oder zumindest mal die Erfassung von politisch Ungewünschten. Das hat sich während dem Zweiten Weltkrieg oder während dem Dritten Reich extrem gezeigt. Und zwar gab es damals in den Benelux-Staaten, waren sie sehr stolz auf ihre sehr fortschrittliche Verwaltung. Die hatten also ihre Bürger schon komplett erfasst und hatten auch die Religion zu den Bürgern gespeichert. Und als dann die deutsche Armee über Belgien, Holland und Luxemburg hinweggerollt ist, haben sie sich sehr darüber gefreut, dass sie diese Bevölkerungskartei einfach mal direkt nehmen konnten und wussten, wo die Juden wohnen. Das hat dann dazu geführt, dass in diesen Ländern irgendwie 80 bis 90 Prozent der Juden in die Konzentrationslager gesteckt wurden, während andere Länder, wo halt keine so fortschrittliche Verwaltung existierte, das irgendwie auf deutlich weniger Prozent gedrückt hatte. Einfach dadurch, dass alle Daten schon gespeichert waren. Und das zeigt halt auch relativ einfach, dass selbst wenn ich Daten irgendwie mit der besten Absicht erhebe, egal welche Daten jetzt, kann das natürlich immer passieren, dass jemand anderes kommt, der denn der Meinung ist, dass man Mautdaten ja auch zur Strafverfolgung verwenden könnte oder dass man Volkszählungsdaten eben auch mal zur Deportation von Andersgläubigen verwenden könnte. oder dass man sie zum Schutz in Lager steckt oder so Sachen. Warum jetzt diese Volkszählung, also den Zensus 2011? Angeblich müssen wir das machen, weil die EU uns das vorschreibt. Wie ich gleich zeigen werde, ist das eine relativ gewagte These. Da kommen wir gleich dazu. Also es ist nicht so, dass die EU irgendwie so im Vakuum existiert und Deutschland immer Sachen vorschreibt. Also das funktioniert dann doch ein bisschen anders. Was offensichtlich ein Hauptzweck ist, ist die islamische Bevölkerung in Deutschland besser zu finden. Also in einem persönlichen Gespräch hat mir jemand, der sehr hoch in diesem ganzen Prozess der Vorbereitung der Zensus involviert ist, der beim Statistischen Bundesamt arbeitet, gesagt, dass es in Deutschland Stellen gibt, die es nicht gut finden, dass es zu wenig Daten über Islamisten gibt und deswegen möchten sie etwas bessere Daten über die gesamte islamische Struktur in Deutschland haben. Und mit diesen Daten kann man dann bestimmt mehr Moscheen bauen. Was auch ein ganz wichtiger Zweck dieser Volksdehung ist, ist den statistischen Apparat der Bundes- und Landesstatistikbehörden, der mehrere 10.000 Leute insgesamt beschäftigt, zu beschäftigen. Also das dürfte auch, wer zum Beispiel eine Firma hat oder irgendwie ein Unternehmen, zum Beispiel sowas wie ein Malerbetrieb hat, der wird sich auch immer freuen, wenn dann irgendwie eine neue Statistik über Gefahrenstoffe im Handwerk gemacht wird und man dann irgendwie einen Mitarbeiter zwei Tage lang abstellen muss, der erstmal das Lager nach allen Lösungsmitteln irgendwie und das genau in Grammanzahlen den schicken soll. Also da gibt es schon sehr intensive Statistiken. Und die Volksdehung ist natürlich ein sehr langfristiges Arbeitsprojekt für diese Statistik. Das ist ganz lustig, weil zum Beispiel in einzelnen Landesgesetzen, die wir begleitet haben in der Verabschiedung, stehen dann halt so Sachen drin, wie zusätzliche Mitarbeiter werden für diese Aufgabe nicht benötigt. Und wenn die Aufgabe dann sowas ist, wie die gesamte Bevölkerung mal mit dem Fragebogen zu beschicken, dann fragt man sich, wie viele Mitarbeiter haben die eigentlich übrig? Und dann gibt es so Sachen, die hat natürlich niemand beabsichtigt, aber die könnte man ja ganz gut dann gleich mitmachen. Und was da ganz groß ist, deswegen habe ich das auch als Untertitel für meinen Vortrag gewählt, das Bundesmelderegister. Aktuell ist es so, dass wir in Deutschland die Melderegister bei den einzelnen Kommunen liegen haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie nach, was weiß ich, Kastrop-Rauxel ziehe, dass dann das Bürgerbüro Kastrop-Rauxel für mich zuständig ist und meinen Ladensatz speichert und ich da halt zum Amt gehe und mich an, ummelde und die geben es dann auch an die GZ weiter. In Zukunft soll das Ganze, weil das ja total unmodern ist und auch viel zu viele Fehler beinhaltet, soll das Ganze in ein Bundesmelderegister überführt werden. Die entsprechenden Gesetze sind eigentlich schon verabschiedet, nur an das Projekt hat sich bis jetzt noch keiner herangetraut. Dieses Bundesmelderegister würde dann aus allen lokalen, kommunalen Melderegistern zusammengeführt werden. Da gibt es dann natürlich so, sagen wir mal, Schwierigkeiten, weil die Melderegister nicht alle die gleiche Datenqualität haben. Und das sind genau die gleichen Schwierigkeiten, wie sie jetzt auch beim Zensus auftreten. Das heißt, durch den Zensus hat man dann halt einen super Prototyp für eben dieses Bundesmelderegister. Wir werden jetzt sehen, ob das jemand dann auch noch auffällt. Ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass wir im Jahr 2012 oder 2013 über dieses Thema dann informiert werden, dass wir jetzt ein Bundesmelderegister kriegen. Das hat natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht schon ein gewisses Problem, wenn es diese riesige zentrale Bevölkerungsdatenbank geben wird. Aber das werden wir dann hoffentlich noch irgendwie begleiten dürfen im Prozess. Was es in Deutschland auch nicht gibt, ist eine zentrale Gebäudebesitzer-Datenbank. Das heißt, es gibt zwar bei den einzelnen zum Beispiel Finanzämtern gibt es gewisse Unterlagen, es gibt bei den Katasterämtern gibt es bestimmte Unterlagen, die also die Gebäudebesitzer haben. Und auch zum Beispiel die Abwasserverbände wissen, wer die Abwasserrechnung zahlt. Das heißt, das sind ja dann auch der Besitzer. Aber es gibt eben noch keine zentrale Erfassung. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, ich sehe jetzt ein Gebäude als Polizist, Staatsbediensteter, Einbrecher, er weiß auch immer, habe ich nicht die Möglichkeit zu wissen, wer wohnt da eigentlich. Also, dieses Mapping von Please Rob Me, wer das kennt, dieses Twitter auf Gebäude gibt es noch nicht, aber kommt dann bald. Und was natürlich auch was ist, nach diesem sehr großen Protest gegen die Volkszählung in den 80er Jahren gab es eine gewisse Schockstache in der Statistik. Und das liest man dann auch in der statistischen Literatur, die sich halt mit diesem Thema Volkserfassung beschäftigt, dass da sehr lange erstmal überlegt wurde, wie kann man das machen, damit es diesen Widerstand nicht mehr gibt. Und wie muss ich sozusagen, also wie kann ich wieder Volkszählung einführen. Und jetzt ist man wohl der Meinung, dass mit diesem Zensus 2011 eine Möglichkeit gefunden wurde, wieder regelmäßige Volkszählung in Deutschland einzuführen. Deutschland hat sich auch für die Zukunft verpflichtet, alle zehn Jahre Volkszählung durchzuführen. Wieder. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, die EU hat uns das mal vorgeschrieben. Jetzt nur so als Rahmenhandlung, ist auch noch hier das Bundesstatistikgesetz aufgeführt, vom 3.7.1953, das natürlich die Grundlage, die rechtliche für Bundesstatistiken wie auch Volkszählungen bildet. Aber, wo es dann interessant wird, ist in den 2000er Jahren, und zwar gab es 2001, also vor zehn Jahren, einen sogenannten Zensus-Test. Dabei wurde das Verfahren, was wir jetzt als Volkszählung kriegen, getestet, ob sich das eben für eine Vollerfassung der Bevölkerung eignet. Dieser Zensus-Test wurde dann halt mehrere Jahre lang ausgewertet. Es wurden halt dann noch Feintunings vorgenommen, bis es dann 2006 vom Bundeskabinett damals eine Entscheidung gab, dass man eben diesen sogenannten Register-gestützten Zensus, auf den komme ich gleich, als Volkszählungsmethode verwendet. Das war, wie gesagt, 2006, wurde das entschieden. 2007 ist dann bereits das Zensus-Vorbereitungsgesetz in Kraft getreten, das also schon rechtliche Grundlagen dafür bietet, dass die Daten übertragen werden in das zentrale Register. 2008 kam dann diese ominöse EG-Vorschrift, die Deutschland eigentlich zwingt, den Zensus durchzuführen. 2009 ist dann das Zensusgesetz ausgeführt worden, in Kraft getreten, meine ich, und jetzt dieses Jahr dann noch die Stichproben- Verordnung, in der steht halt drin, wer, also wie groß Stichproben sein müssen, um halt den Datenstand zu überprüfen und ja, seit, also diesem Monat, in dem letzten Monat war dann das letzte Ausführungsgesetz in den einzelnen Bundesländern verabschiedet worden. Aber wie man hier halt in der Zeitleiste relativ einfach sieht, dass diese Hauptaussage, wir müssen das eh tun, weil die EU uns das vorschreibt, doch recht weit hergeholt ist. Und es ist auch so, dass so eine ähnliche Verordnung gab es eben auch schon 2001, das heißt auch 2001 sollte eigentlich schon jedes Mitgliedsland der EU so einen Zensus durchführen, eine Volkszählung, aber auch damals hat Deutschland nicht teilgenommen. Von daher ist das natürlich eine völlig, naja, entspricht nicht direkt der Wahrheit, die Aussage, dass die EU uns zwingt. Was steht in den ganzen Sachen drin? Einmal gibt es eben dieses Zensusgesetz, das Ominöse. Ich habe mich jetzt mal darauf beschränkt, es gibt ja auch noch die diversen Ausführungsgesetze in den Ländern, aber welche Daten erfasst werden von der Volkszählung oder von der ganzen Datenbank, sind halt hier mal beispielhaft aufgeführt. Generell kann man also einfach mal sagen, jede öffentliche Behörde oder Stelle, die Daten über die Bevölkerung hat, Finanzämter, Meldebehörden, Agentur für Arbeit, nicht Finanzämter, Entschuldigung, das war ein Fehler, die Agentur für Arbeit, Meldebehörden, Vermessungsbehörden und so weiter, machen einfach mal einen Komplettdampf ihrer Datenbank und schicken das an das Bundesstatistikamt beziehungsweise die Landesstatistikämter und die haben dann sehr viele Datenbanken, die sie dann mit ominösen Verfahren, wie zum Beispiel Join wahrscheinlich, in eine zentrale Bevölkerungsdatenbank überführen. Gleichzeitig werden auch noch allgemein zugängliche Quellen abgefragt, dass es eben, wenn halt irgendwie Unklarheiten besteht, können sie halt auch mal zum Beispiel aufs Klingelschild gucken, wer denn da wohnt und so Sachen. Was wir auch noch machen, ist eben Sondererhebungen, das heißt in Sonderbereichen, die zum Beispiel einer hohen Bewohnerfluktuation unterliegen oder die sensible Daten, sensible Leute haben, werden nicht die einzelnen Leute, die da wohnen, gefragt, sondern irgendwie die Betreiber der Einrichtung. Das bedeutet also zum Beispiel Insassen einer psychiatrischen Anstalt, Gefängnisinsassen, Studentenwohnheime, sowas halt. Diese Sondererhebungen werden halt deswegen durchgeführt, weil zum Beispiel in psychiatrischen Anstalten ist ja klar, dass die Bewohner das vielleicht nicht beantworten können und deswegen überfordert sind. Da macht es dann netterweise sozusagen der Betreiber der Einrichtung und schön ist auch, dass natürlich dann gespeichert wird, dass ich Insasse einer psychiatrischen Anstalt bin oder dass ich Insasse eines Gefängnisses bin oder Student. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Zeitlicher Ablauf, der macht jetzt dann schon so ein bisschen, sagen wir mal, Angst, weil 2008 wurden bereits die ersten Datenübertragungen nach diesem Zensusvorbereitungsgesetz gemacht. Das waren halt vor allem Sachen, um die Datenbanken erstellen zu können, sprich Grundlagen, wem gehört welches Gebäude und so Sachen wurden dann zum ersten Mal gebaut. Am 30.07. wurde dann das allgemeine Gebäuderegister, sprich diese Gebäudebesitzer-Datenbank fertiggestellt. Seit kurzem, also ich denke, ihr werdet auch jemanden kennen, der schon vielleicht so irgendeinen Zettel gekriegt hat, werden bereits die Gebäudebesitzer befragt. Die müssen dann Auskunft über die Mieter in dem Gebäude geben, die müssen dann auch, wenn sie zum Beispiel nicht zuständig sind, Auskunft geben, wer ist denn zuständig für das Gebäude, damit eben die ganzen, also damit dann am Ende eine Datenbank steht, wo alle Informationen stimmen, wer für welches Gebäude zuständig ist, damit dann im April nächsten Jahres die Fragebögen verschickt werden können an die Immobilienbesitzer. In den Fragebögen werden dann so Sachen gefragt, wie hat diese Wohnung eine Badewanne, hat sie eine Dusche, wie wird sie beheizt, wie viele Personen wohnen darin und wie heißen diese Personen. Man muss dann mindestens zwei Namen angeben. Wenn man das nicht beantwortet, kommt dann auch vielleicht mehr jemand vorbei und fragt nochmal persönlich. Am 9.5. nächsten Jahres ist dann der Stichtag. Alle Aktivitäten dieser ganzen Zensusgeschichte beziehen sich im Prinzip auf diesen Tag, den 9.5., an dem ist sozusagen das Datum für den Datenbankdump. Also die Ergebnisse der Volkszählung werden sich dann auch genau diesen Tag beziehen. Nach diesem Stichtag werden dann auch zum ersten Mal Volkszähler rumlaufen, das sind also irgendwelche Leute, momentan werden zum Beispiel ganz aktiv Studenten rekrutiert und diese Studenten kriegen dann irgendwie, wenn sie eine Adresse validieren, glaube ich 7,50 Euro pro Adresse. Das heißt, die müssen dann mit dem Fragebogen zu Oma Erna nach Hause gehen und dann sagen, guten Tag, ich bin Volkszähler, sagen Sie mir mal, wie Sie heißen, wann Sie geboren sind, wo Sie wohnen, wie Ihr Mann heißt, wann Sie nach Deutschland eingezogen sind und so weiter. Oma Erna wird sich freuen. Und dann werden auch an diesem Tag nochmals Daten übermittelt in diese allgemeine Datenbank oder halt, also jedenfalls werden die Daten an diesem Termin aus den Datenbanken aus den Datenbanken der öffentlichen Stellen gedammt, um dann halt in die Datenbank der Landesstatistikbehörden überführt zu werden. Am 9.8. wird dann nochmal, die werden nochmal alle Daten übermittelt, um eben Abweichungen zu finden und um zum Beispiel Leute zu erfassen, die, also Babys zum Beispiel, die am 9.5. geboren wurden. Das dauert es ja, bis die angemeldet sind. Also die werden ja nicht gleich am 9.5. in der Datenbank stehen. Also gut ist die Überwachung noch nicht. Deswegen werden diese Leute dann am 9.8. nochmal übermittelt, damit man halt alle erfasst, wirklich. Diese beiden Monate, August, September, sind dann auch noch vorgesehen, eben diese ganzen Unstimmigkeiten aufzuklären. Also Unstimmigkeit kann halt zum Beispiel sein, wenn der Gebäudebesitzer angibt, in dieser Wohnung wohnen fünf Personen, aber es sind nur zwei gemeldet. Dann wird da halt mal jemand vorbeigehen und klopfen und gucken, wie viele Leute ihm aufmachen. Und auf diese Weise sollen halt auch zum Beispiel Leute gefunden werden, die warum auch immer nicht gemeldet sind. Das betrifft vor allem irgendwie Ausländer, die halt zum Beispiel keinen Aufenthaltstitel in Deutschland haben und rechtlich als illegal angesehen werden. Das Ganze, also diese ganze Aufklärung und die Unstimmigkeitenprüfung und irgendwelche Abweichungen werden dann halt noch etwas dauern, bis sie dann hoffen, am 9.5.2013 ein Ergebnis präsentieren zu können. Also zwei Jahre genau nach dem Stichtag hoffen sie halt alle Unstimmigkeiten geklärt zu haben, irgendwie schöne PDFs generiert zu haben, diese auf der Pressekonferenz vorzustellen und so weiter. Ist jedenfalls der aktuelle Plan. Was kann man daran nicht so gut finden? Zum einen ist es so, dass ich weiß nicht, wer schon irgendwie da mal sich von, also wir können es nicht mal irgendwie so mit Händen Handzeichen machen, wer hat sich denn schon irgendwie da, also wer fühlt sich über die Volkszählung von öffentlichen Stellen gut informiert? Sie wird euch alle betreffen, von allen, also jedenfalls von allen Europäern, sagen wir es mal so, werden die Daten übertragen in dieses Register. Hat das irgendjemand? Ich sehe jetzt nicht eine Hand, schade. Also es scheint irgendwie ein bisschen Mangel zu sein. Und das ist halt was, was ich ja mit dem Eingangsstatement vom Bundesverfassungsgericht so ein bisschen zeigen wollte. Also ich muss halt irgendwie eine Möglichkeit haben, meine, diese informationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen, indem ich sozusagen mitbekomme, was mit meinen Daten geschieht. Und offensichtlich passiert das ja gar nicht, obwohl die Daten ja schon in der Datenbank stehen, wie wir vorhin an der Zeitleiste gesehen haben. Aber Information hat keiner gekriegt hier. Was auch schön ist, ist, dass jeder Bürger eine Ordnungsnummer bekommt. Informatikern ist das ja relativ klar, wenn ich verschiedene Datenbanken kombiniere, dann muss ich ja irgendwie eine Unique-ID nehmen, die dann sozusagen meinen Datenbanktyp, meinen einzelnen Datensatz, den ich aus verschiedenen Datenbanken joine, identifiziert. Und diese Unique-ID wird eben auch bei der Volkszählung verwendet und ist dann die sogenannte Ordnungsnummer. Die ist für jede Person eindeutig. Es gibt dann auch eine eindeutige Ordnungsnummer für Gebäude und eine eindeutige Ordnungsnummer für zum Beispiel Wohnungen. Also wenn ich ein Mehrfachgebäude habe, dann ist halt die einzelne Wohnung auch noch eine Ordnungsnummer. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also bis jetzt hatten wir das eigentlich in Deutschland noch nicht so, dass wir eine eindeutige Personenkennziffer hatten. Wenn man von der Steuer-ID absieht für die arbeitende Bevölkerung, ist halt wieder etwas, was rechtlich zumindest nach unserer Meinung, also von denen, die sich mit der Volkswirtschaft beschäftigen, fragwürdig bis verfassungswidrig ist. Dann ist es so, dass die Daten vollständig erfasst werden. Und es wird keinerlei Anonymisierung durchgeführt. Das heißt, alle eure Datensätze, Name, Vorname, Mutter, wann hingezogen, wann geboren und wo wohnt und so weiter, werden komplett in die Datenbank geschrieben. Es findet keine Anonymisierung statt, weil man eben sagt, ja, wir machen das jetzt zum ersten Mal und vielleicht sind da noch irgendwie Fehler und da braucht man halt die Originaldaten, damit wir die irgendwie besser kombinieren können oder neue Verfahren draufschmeißen können. Also es findet da keinerlei irgendwie geartete Anonymisierung in der Datenbank statt. Was natürlich auch, wenn man sich drüber nachdenkt, also wäre das Ziel, dass ich nur weiß, wie viele Personen in dem Saal sind, könnte ich ja zwei Möglichkeiten haben. Ich könnte entweder jeden bitten, seinen Personalausweis hier vorzubringen, ich erfasse alle Daten in Excel und lasse mir dann die Summe von der Anzahl bilden oder ich gucke in welcher Teilnummer ich bin oder ich führe einfach eine Strichliste. Beides würde mir wahrscheinlich das Ergebnis bringen, wie viele Leute im Saal sind. Beim einen habe ich ein bisschen mehr Daten noch gewonnen. Ja? Ja, ich denke auch. Wir haben keine Mikros. Wir sind arm. aber ich merke mir das einfach. Das kriegen wir wirklich hin. Ich versuche es. Ja, also der vierte Punkt ist natürlich auch der dritte Punkt, diese vollständige Speicherung aller erfassten Daten in der Datenbank. Und was eben noch dazu kommt, wie ich ja eben schon dargelegt habe, wenn ich in einem Sonderbereich wohne, also ich hatte das ja gesagt, Psychiatrie, Gefängnis, Studentenwohnheim, dann habe ich halt das auch in der Datenbank stehen, dass ich in diesem Sonderbereich wohne. Und das ist jetzt ein fundamentales Problem, weil im deutschen Rechtssystem bin ich unschuldig, bis ein Gericht mich für schuldig befunden hat. Es kann aber sein, dass aufgrund eines Vorwurfs von jemandem ich in Untersuchungshaft lande. Das ist erstmal, in Untersuchungshaft heißt ja nicht, dass ich schuldig bin, sondern nur, dass ein Sachverhalt geklärt werden muss. Und dann geht es vor Gericht und das Gericht sagt dann ja oder nein. Also entweder ich bin schuldig für irgendwas oder ich bin unschuldig. Bin ich unschuldig, war ich zwar in Untersuchungshaft, aber ja. Ist es aber jetzt so, dass ich zufällig an dem Stichtag in Untersuchungshaft lande oder in einer Außentüchterungszelle oder was weiß ich, na gut, das ist unwahrscheinlich, dass ich drei Tage in der Außentüchterung, aber okay, ich bin in Untersuchungshaft am Stichtag, da steht natürlich in der Datenbank, dieser Mensch war im Gefängnis an dem Tag. Obwohl ich ja als so rechtlich eigentlich als völlig unschuldig gelte. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich fragt, ob das so ganz richtig sein sollte. Gut, jetzt ist es noch so, dass es da nach dem Motto what could possibly go wrong, also wenn ich irgendwie eine Datenbank über 88 Millionen Menschen mit allen ihren Daten erstelle, an einer zentralen Stelle und die auch noch zum Beispiel an die Landesstatistikbehörden durchkopiere und so weiter, dann könnte das natürlich Sicherheitsschwankungen unterliegen. Möglicherweise. Zumal, ich meine, so eine Datenbank mit 88 Millionen Einträgen ist jetzt nichts, was irgendwie, also da brauche ich eben keinen LKW, um die rauszutragen. Und was halt noch dazukommt, neben den Sicherheitsschwankungen, könnte halt sein, dass es eben auch, ich sage mal, Politikschwankungen gibt, wie ich das ja mit den Mautdaten weinte. Vielleicht kommt dann halt eben jemand auf die Idee und sagt, wir müssen jetzt mal gucken, wer eigentlich in dem ganzen Gebiet wohnt oder wir müssen jetzt mal gucken, wer welchen Glauben hat oder so weiter. Das kann ja mal zweckentfremdet werden. Und generell ist halt, wie ich das jetzt schon mehrmals dargelegt habe, die Methode, diese Erfolgsthemen zu erstellen, selbst wenn man jetzt unterstellt, dass es ein Interesse geben könnte, zu wissen, wie viele Leute wo wohnen, kann ich das halt auf verschiedene Weise machen, wie ich es dargestellt habe. Entweder ich erfasse halt alle Daten von allen und speichere die in der Datenbank für mehrere Jahre oder ich finde halt eine bessere Lösung. Also eine andere Lösung. Eine andere Lösung wurde hier anscheinend nicht gefunden, sondern wir haben eben diese voller Fassung. Und was halt auch ganz toll ist, ist, wie ich es dargelegt habe, dass eben auch die Religion erfasst wird. Das muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Es gibt in den Fragebögen, die verschickt werden, zwei Felder. Das eine ist die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft. Die öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft steht auch in der Meldebehörde gespeichert. Das sind so Sachen wie Katholik, Evangelisch, Jude ist glaube ich auch dabei und es gibt noch verschiedene wenige Splittergruppen. Das sind aber jetzt nicht so viele. Wie gesagt, das steht jetzt auf den Meldebehörden bereits. Das hat halt den Sinn, dass zum Beispiel Kirchensteuer gezahlt werden kann. Dann gibt es aber noch eine zweite Frage. die ist freiwillig. Das ist die einzige Frage auf dem ganzen Erfassungsbogen, die freiwillig ist. In dieser Frage wird gefragt, was mein persönliches Glaubensbekenntnis ist. Das ist keine Freitextfrage, also man darf leider nicht Jedi eintragen, wie es in England immer gemacht wird. Jedi sind also in der Volksregierung in England irgendwie die größte Religion mit 30% der Bevölkerung. Ist in Deutschland leider nicht möglich, also irgendwie misstrauten uns da die Statistiker, dass wir das sinnvoll ausfüllen, das Feld. Die haben da keinen Freitext vorgesehen, sondern es gibt halt so Sachen wie Islam und das wird dann auch unterteilt. Schiitischer, sunnitischer, alevitischer Islam und das zeigt dann auch schon, wohin die Frage zielt. Also das ist eigentlich die einzigen, also ich weiß nicht, die Original-Fragebögen, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, hat Michael draußen aufgehängt. Das heißt, das dürft ihr euch alles gerne noch mal angucken, was ihr da für Antwortmöglichkeiten habt. Das ist irgendwie neben einem Hölbo-Shop an der Wand, wo es zur Art-of-Beauty-Lounge reingeht. Aber wie gesagt, das ist die einzige Frage auf dem ganzen Fragebogen, die freiwillig ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es in Deutschland, also gerade, auch wenn das jetzt ein bisschen Vorurteil ist, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass Leute, die dem islamischen Glauben angehören, dass es da prozentual mehr Leute gibt, die nicht so gut Deutsch können, wie jetzt im christlichen Glauben. Und ob die das dann mitkriegen, dass die Frage freiwillig ist, wenn da irgendjemand steht und ihnen sagt, wenn ihr das nicht ausfüllt, müsst ihr 5.000 Euro zahlen. Mag ich zu bezweifeln. Das könnte untergehen, diese Information. Komischerweise. Was auch ganz toll ist, dass wir endlich den ARIA-Pass wiederkriegen. Also es wird halt erfasst, ob ein Elternteil oder man selbst in den letzten 55 Jahren nach Deutschland eingezogen ist. Also seit 1955 wird abgefragt. Alles davor interessiert nicht, da wird man dann eingedeutscht. Aber alles, was nach 1955 eingekommen ist, kriegt halt eben diese Problematik mit der kommt von außen. Und das wird eben auch erfasst. Inklusive Verwandtschaftsbeziehungen. Das geht aber noch weiter. Man könnte auch noch kritisieren, dass das Ganze ein bisschen teuer wird. Wie gesagt, das wurde ja 2001 der Zensustest gemacht und da wurde halt geguckt, was würde uns das kosten, diese Erfassung zu machen. 2003 wurde das dann auf 315 Millionen Euro geschätzt. 2006 hat die Taz in einem Artikel von 450 Millionen gesprochen. Im Zensusgesetz von Juli 2009 stehen 527 Millionen. Im März nach der Verabschiedung des Zensusgesetzes sind es dann angeblich 700 Millionen. Und die letzte Schätzung, die ich gehört habe, das war vom Chef des Bayerischen Landesstatistikamts, sind es 754 Millionen. Ja, ein bisschen teurer, Inflation und so. Das bedeutet, im Prinzip geben wir eine Dreiviertel Milliarde für diese Sache aus. Also eine Dreiviertel Milliarde dafür, dass wir so Sachen wie, wo kommt das nächste Altenheim hin, besser planen können. Jeder kann sich, glaube ich, mit einem einfachen Dreisatz ausrechnen, wie viele Altenheime man für 744 Millionen Euro bauen kann, wenn man jetzt mal sagt, eins kostet eins oder zwei Millionen, egal. Also gut, dann bauen wir vielleicht nicht die an der besten Stelle, aber dann bauen wir halt einfach zwei dahin und dann haben wir es auch. was ich eben mit den 5.000 Euro schon mal erwähnt habe, muss man schon von ein bisschen, also das ist schon ein bisschen lächerlich. Im Zennusgesetz steht tatsächlich drin, dass wenn ich die Fragen nicht beantworte, ich ein Berufsgeld bis zu 5.000 Euro zahlen muss. Das ist fern jeder Realität. Also es gab es auch in den 80ern schon diese Summe, damals waren es glaube ich 10.000 Mark. Wenn dann tatsächlich das jemand durchgezogen hat und die Fragen nicht beantwortet hat, hat er keine 10.000 Mark zahlen müssen, sondern 100, 200, 300 Mark. Aber allein, dass sie halt diese Summe reinschreiben, die wird nie verhängt werden, diese Summe. Die ist einfach nur, das muss man sagen, zur Abschreckung. Also wenn jetzt jemand in das Gesetz reinguckt und sieht, oh, wenn ich nicht antworte, muss ich 5.000 Euro zahlen, dann hat er natürlich eher eine Motivation zu antworten, selbst wenn er nicht will, als wenn er steht, sag mal 200 Euro. Und das finde ich halt, sag ich mal, ich finde es kretzend schon an Nötigung, wenn der Staat das nötig hat, sowas reinzuschreiben, um halt irgendwie Leute zur Auskunft zu bringen. Was halt, was ich ja auch schon angesprochen habe, ist, es gäbe durchaus alternative Möglichkeiten, die Bevölkerungszahl zu ermitteln, die halt eben nicht in der Vollerfassung liegen. Offensichtlich ist da aber kein Interesse, also man könnte, ich weiß nicht, wer sich schon so irgendwie mit Statistik beschäftigen durfte, je größer ich meine Menge an Leuten oder an Elementen, die ich sozusagen erfassen will, wähle, desto kleiner kann ich eine Stichprobe daraus wählen, weil aufgrund der echten Zufälligkeit, sprich, es ist zufällig verteilt, ist garantiert, dass ich eben bei einer größeren Menge auch mit einer kleineren Stichprobe ein richtiges Ergebnis bekomme. Wenn ich nur irgendwie, also wenn ich drei Leute habe und einer ist davon rot, und ich wähle als Stichprobengröße eins, dann kann es halt passieren, dass ich entweder null Prozent rothaarige rauskriege als Ergebnis oder hundert Prozent rothaarige. Habe ich aber irgendwie, und das wären jetzt irgendwie 33 Prozent Stichprobengröße, habe ich aber irgendwie tausend Leute und davon sind, ich weiß nicht, zehn Prozent rothaarig, reicht es halt, ich müsste das jetzt ausrechnen, also das kann man ausrechnen, reicht es wahrscheinlich, wenn ich irgendwie ungefähr fünf Prozent oder so frage, um halt eine Fehlergröße von unter zehn Prozent zu haben. An dem Beispiel sieht man halt sehr deutlich, wenn ich eine sehr große Grundgesamtheit habe, dann haben wir hier irgendwie 88 Millionen oder 85 Millionen Deutsche, dann muss ich nicht irgendwie zehn Prozent der Bevölkerung erfassen, um eine gute Abdeckung zu kriegen der Sache. Und ich muss auch eben nicht alle voll erfassen, das eh nicht. Kaputt. Was man auch noch machen könnte, wäre natürlich eine anonymisierte Erfassung. Das Ganze nennt sich anonymisierte Summenerfassung und ist auch relativ trivial vorstellbar. Wir bleiben wieder beim Beispiel hier im Saal. Wenn ich jetzt wissen will, wie viele hier wohnen, den Vortrag zu hören, dann könnte ich halt entweder das mit der Vollerfassung machen, also die Excel-Tabelle, alle Werte eintragen und am Ende mehr gucken, in welcher Zeit ich gelandet bin, oder ich mache das einfacher. Ich zähle einfach, wie viele Leute sind, also wie viele, Rothaarige sitzen in Reihe 1, wie viele Rothaarige sitzen in Reihe 2, wie viele Rothaarige sitzen in Reihe 3 und dann kann ich ja die Reihen addieren und habe am Ende auch die Zahl der Rothaarigen, ohne halt alle Einzelnen zu erfassen. Und so kann man das natürlich auch bei einer Volkssinnung machen. Ich kann also zum Beispiel jede Straße in einer Gemeinde kann ich erfassen, da wohnen fünf Rothaarige, zehn Rothaarige, dann erfasse ich irgendwie das Stadtviertel, die Stadt, den Landkreis, das Bundesland, dann habe ich Bundesdeutschland. Und auf diese Weise habe ich genau die gleichen Zahlen, aber sie muss halt nicht alles in einer zentralen Datenbank speichern, sondern es wird halt durch unser Subsidiaritätsprinzip auch von unten nach oben nur immer die Summe übermittelt. Ja. Was auch noch interessant ist, ist, dass wir haben das in den verschiedenen Länderausführungsgesetzen kritisiert, die sind relativ schlecht im Hinblick auf die sogenannte Abschottung. Das bedeutet, da werden ja sehr sensible Daten erfasst beim Sensus, also sowas wie Religion oder sowas wie Migrationshintergrund oder wie ich vorhin dargestellt habe, kann es ja auch passieren, dass da irgendwie Leute gefunden werden, die nach deutschem Recht als illegal gelten, also Leute ohne Aufenthaltstitel in Deutschland. Und jetzt könnte das ja sein, dass das zum Beispiel die Ausländerbehörde aus Versehen mitbekommt. Und das darf natürlich nicht sein, also weil die Ausländerbehörde ist dann rechtlich verpflichtet, da hinzugehen und diese Person irgendwie nach, in irgendein Kriegsgebiet zurückzufliegen, weil es geht ja nicht, dass sie unsere Sozialsysteme aussaugen, diese Blutsauger und so. Deswegen muss es da halt eine massive Abschottung geben zwischen der statistischen Erfassung und der übrigen Verwaltung. Das ist leider in den Ausführungsgesetzen so nicht immer durchgehend vorgesehen, auch wenn wir das versucht haben. Was dann auch noch so eine Sache ist, die Ergebnisse werden wohl auch am Ende nicht gerichtsfest sein, das heißt, das wird dann spannend, wenn dann irgendwelche Gemeinden zum Beispiel Geld verlieren und dann sagen, nö, wir wollen das Geld wiederhaben und dann gibt es da halt lustige Rechtsstreite vor Verwaltungsgerichten und da haben Statistiker gesagt, ja, so wie wir das machen, wissen wir nicht, ob wir das wirklich gerichtsfest am Ende so zahlt haben, die ja so allgemeingültig ist, vielleicht müssen wir dann nochmal was anderes machen. Also bringt es eigentlich da nicht so viel. Ja, und wie ich ja vorhin schon dargelegt habe, aufgrund der Neuartigkeit des Verfahrens, ist jedenfalls die Begründung, werden die ganzen Merkmale, die sozusagen erfasst werden, sprich eure ganzen Daten, werden erstmal komplett gespeichert in der Daten, man wird auch nicht anonymisiert oder gelöscht, weil es könnte ja sein, dass man irgendwie noch eine neue Erfassung will. Das allgemeine Gebäuderegister wird sogar bis 2017 gespeichert, jedenfalls ist das der aktuelle Gesetzesstand. Jetzt ist es so, wir wollen ja 2021 dann wieder eine Erfolgszählung machen, also jedenfalls die Regierung und da könnte es natürlich sein, dass bis 2017 schon wieder ein neues Gesetz ist, was ist, die Speicherfrist einfach auf unbegrenzt verlängert. Und selbst wenn, also 2017, das ist halt auch schon ein relativ langer Zeitraum. So mangelhafte Abschottung eben nochmal, ich habe es ja gerade schon mal dargestellt, es muss halt wirklich komplett getrennt sein, diese Erhebung, damit auf keinen Fall irgendwie Daten zurückfließen. In verschiedenen Bundesländern in Deutschland haben wir halt so Probleme gehabt, wie als Mitarbeiter, die sozusagen rumlaufen und die Klingelschilder sich anschauen, könnte das auch mal passieren, dass das irgendwie Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist und Mitarbeiter der Ausländerbehörde dann sozusagen, hm, ich habe doch da gestern, als ich Volksstil da war, habe ich doch gesehen, dass ihr illegal seid. Heute bin ich als Ausländerbehördenchef da. Hm, jetzt könnt ihr wegfliegen. Naja. Was auch so eine Sache ist, die Erhebungsbögen sollten vielleicht an eine, sollten halt verschlossen an eine, an diese Erhebungsstelle weitergeleitet werden und da macht es natürlich Sinn, wenn die eine eigene Postanschrift hat, weil ansonsten muss ja erstmal der Erhebungsbogen aufgemacht werden in der zentralen Poststelle, reingeguckt werden, oh, das ist ja für die Statistik, interessant, na jetzt kann ich ja weiterleiten. So, dann IT-Sicherheit ist so eine Sache, die ist, glaube ich, auf deutschen Behörden eher nicht vorhanden. Da gibt es so eine sehr lustige Anekdote, ich werde sie ganz kurz erzählen, aber wir rennen dann auch irgendwann mehr Zeit weg. Es gibt in Hessen gibt es so einen tollen Datenschutzbeauftragten, der ist jedenfalls pro Forma da im Amt und der hat irgendwann in den 90ern mal die kommunalen Statistikstellen angeguckt und hat sich dann auch die in, ich glaube es war Frankfurt oder Darmstadt angeguckt und hat dann festgestellt, die Statistikstelle hat ihre ganzen Daten, die sie erfasst, auf dem gleichen Server gespeichert wie die übrige Verwaltung. Also es wird halt irgendwie, was weiß ich, 1925, es wird halt irgendwie so eine NT 351-Möhre gewesen sein mit einer Festplatte, der dann der Server war und er hat dann angekritisiert, dass das ja nicht geht, dass das auf der gleichen Maschine liegt und hat dann gesagt, ihr müsst die Daten trennen, baut bitte eine zweite Festplatte in den Server ein. Und das Schöne ist, also das wurde dann im Tätigkeitsbericht so aufgeführt, dass das ja eine super Verbesserung ist. Ja, diese interessanten Ideen zur Arbeitszeit, also es ist halt vorgesehen in einzelnen Ländergesitzen, dass die Beamten, die also den Tag über im Büro schlafen, abends dann noch auf die Straße gehen und eben diese Volkserfassung machen, nach ihrer Arbeitszeit und zwar ist das immer so eine tolle Begründung, ja die meisten Leute sind ja arbeiten, also noch ist das ja in Deutschland auch so, nicht mehr lange, aber irgendwann und das heißt, die Leute würde man tagsüber eh nicht antreffen, das heißt, die Erfassung, diese Volkszählung muss eher Abend stattfinden und dann kann man ja auch die Beamten nehmen, die tagsüber im Büro sind, die gehen dann abends nochmal auf die Straße. Da würde mich irgendwann mal auch interessieren, was der deutsche Beamtenbund dazu sagt, also weil sie sollen dafür nämlich auch keinen Lohnausgleich oder irgendwas kriegen. Also ich weiß noch nicht, ob das so erfolgreich wird. Wie gesagt, ich selbst war in vier Bundesländern an dem Gesetzgebungsverfahren als Sachverständiger beteiligt und wir haben eben in den Anhörungen auch diese Kritik angebracht und haben ihnen gesagt, was da so los ist und was Phase ist und was wir denken besser gemacht werden könnte, also wir sind da jetzt nicht so aggressiv aufgetreten jedenfalls meistens, sondern wir haben da versucht auch denen zu helfen, dass sie das ein bisschen besser machen, dass es nicht ganz so Ende wird. Ich habe mal aus der Folie ist jetzt auch noch zusammengefasst, was sozusagen geändert wurde nach diesen vier Anhörungen in den vier verschiedenen Bundesländern. Und da darf ich jetzt auch nochmal kurz aus einer E-Mail schicken, zitieren, die mir nach der Anhörung in einem Bundesland wurde mir das von einer Abgeordneten geschickt, die sozusagen deren Partei mich in dem Bundesland eingeladen hat oder den CCC. Das sind wörtliche Zitate aus dieser E-Mail, die ich danach gekriegt habe und da habe ich also eine schriftliche Stellungnahme eingereicht und ja, ich weiß nicht, ich muss es glaube ich nicht vorlesen, weil das ist einfach so deprimierend. Oh, ich habe das Land dringen gelassen, das ist ja peinlich. Ja. Mit Änderungsanträgen haben wir erreichen wollen. Schade. Die Forderungen sind relativ naheliegend. Sofortiger Stopp des Zensus. Das würde natürlich erstmal eine massive Kosteneinsparung bedeuten und eben jeglichen Datenmissbrauch einen Riegel vorschieben, weil das natürlich nur geht, also Datenmissbrauch kann nur stattfinden, wenn Daten erhoben werden. Das heißt, der beste Schutz gegen Datenmissbrauch ist natürlich, Daten nicht zu erheben. Und dann soll endlich mal offen über eine Alternative nachgedacht werden, die eben ohne Zwang durchkommt. Sprich, keine Auskunftspflicht bei der Volkszählung. Und natürlich auch die Melderegister bitte in den Städten und Kommunen zu lassen, weil gut, möglicherweise mag es da eine gewisse Fehlerebene geben, dass die nicht 100% genau sind, aber das ist eben unser größter Schutz. Also die größte Gefahr eben für Datenmissbrauch ist eine Datenbank, die irgendwie an zentraler Stelle liegt und die von allen super top gepflegt wird. Je mehr Ungenauigkeiten in der Datenbank sind und je weiter sie verteilt ist, desto schwerer ist es natürlich, diese Daten zu missbrauchen. Und dann sollte natürlich die, endlich mal eine Pflicht für die Anonymisierung bei statistischen Erhebungen eingeführt werden. Es kann nicht sein, dass irgendwie eine, dass die Statistik einem irgendwie einen Zettel schreibt, füllen Sie alle Ihre persönlichen Daten, Ihre geschlechtlichen Vorlieben und was weiß ich was auf und wir speichern das mal komplett mit Ihrem Namen in der Datenbank für irgendwann, weil ja, das könnte man dann mal ändern, finde ich. Jetzt kommen wir noch ganz kurz auf die Verfassungsbeschwerde, die ja dieses Jahr stattkannend. Wie ich ja gesagt habe, wir haben uns auf der Sikin das erste Mal mehr oder weniger so getroffen, nach dem Vortrag, den ich damals mit Tim dort gehalten habe. Dann hat sich der AK Vorrat oder beziehungsweise der AK Zensus unter dem AK Vorrat so ein bisschen gegründet, mit großer Hilfe von Pfiff und Föhrboot. Und es kam ja dann auch zu dieser Verfassungsbeschwerde, wo sich 13.077 Menschen in Deutschland beteiligt haben, die gesagt haben, ich finde das nicht so gut, was ihr macht. Also nicht, was wir machen, sondern was der Gesetzgeber gemacht hat. Und wir hatten auch eine Anwältin, die Eva Dvorschlag aus Bremen, die sich darum intensiv gekümmert hat und da irgendwie alle anderen Mandanten erstmal liegen lassen. Wir haben dann Ende Juni auch eben diese Verfassungsbeschwerde angefangen zu schreiben und mussten sie halt aufgrund der Jahresfrist, also ich muss halt, wenn ich gegen ein Bundesgesetz eine Verfassungsbeschwerde einreichen, muss ich das Binnenjahresfrist machen. Und das heißt, wir hatten halt nicht mehr Zeit als bis zum 16.07. Und das war leider etwas kurz. Es ist so, dass diese Gesetze sehr komplex sind. Es gibt viele Gesetze, die sie gegenseitig aufeinander beziehen, die unterschiedlich miteinander vernetzt sind. Und ein Monat ist für solche eine Verfassungsbeschwerde sehr knapp. Und das hat dann leider dazu geführt, dass die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wurde, sondern aus formalen Gründen abgelehnt wurde. Es gab ja noch eine weitere Verfassungsbeschwerde, von der wir wissen jetzt nicht so viel, von Anwalt Ferner, ich glaube aus Bayern, der hat über ein Jahr an der Verfassungsbeschwerde gearbeitet und sie wurde auch nicht zur Entscheidung angenommen. Unserer Meinung nach ist das sehr schade, weil eben die Gesetze erheblichen Diskussionsbedarf bieten, auch im verfassungsrechtlichen Sinn. Aber das hat das Verfassungsgericht anscheinend nicht so gesehen. Ja, was kann man dagegen jetzt noch tun? Als die Volkszählung dann in den 80ern durchgeführt wurde, gab es halt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel wurden damals halt diese Volkszählungsboykott-Initiativen ganz massiv gegründet, damals alles noch ohne Internet. Das kann man halt wieder aufleben lassen, indem man eben diese AK-Zensus, den es jetzt gibt, von dem auch die Domain darunter steht, zensusf.de, rechtliche Informationen anbietet, Ideen sammelt und auch irgendwie verbreitet. Das ist halt durch das Internet heutzutage deutlich einfacher als damals, irgendwie Zeitungsannoncen zu schalten. Vielleicht kriegt man diese Bußgeldversicherung durchgesetzt, das bedeutet, eine größere Summe von Leuten zahlt in einen Fonds ein und verpflichtet sich halt, wenn sie einen Zettel kriegen, also dass sie die Volkszählung beantworten müssen, dass sie das nicht machen und das Bußgeld wird dann aus der Versicherung bezahlt, wenn es zu einem Bußgeld kommen sollte. Funktioniert natürlich, das ist halt ein solidarisches Modell, das funktioniert nur nach einer großen Menge und ist natürlich ein sehr großer organisatorischer Aufwand, deswegen gibt es da momentan noch nicht so die Fortschritte. Die Urlaubsvariante bedeutet, dass ich irgendwie für mehrere Monate aus Deutschland verschwinde. Dadurch entgehe ich relativ wirksam, natürlich irgendwie persönlichen Besuchen von Volkszählern, ist rechtlich, also wir haben das glaube ich gestern auf, man darf bis zu drei Monate glaube ich ohne abmelden und abhauen, da war es Michael, zwei. Wenn man mehr als zwei Monate aus Deutschland weg bleibt, ohne sich abzumelden, ist das irgendwie verstoßen ins Mailgesetz oder so. Kann man natürlich versuchen. Man kann ja auch behaupten, man wäre nur im Urlaub. Klappt natürlich dann nicht, wenn man irgendwie arbeiten ist, weil wenn man irgendwie sagt, man ist jetzt zwei Monate lang nicht in Deutschland, aber das Finanzamt überweist einem, also kriegt man weiterhin Geld, also nicht vom Finanzamt, aber vom Arbeitgeber, dann werden die halt auch sagen, kann ja nicht sein. Dann ist natürlich dieser, die Rekrutierung, wie ich das genannt habe, der Volkszähl, also der Leute, die die Befragung durchführen, das kann man sich natürlich auch mal anschauen, wer da so ausgewählt wird und dann zumindest darauf hinwirken, dass diese Leute geschult werden, mit den Daten sensibel umzugehen und dieser Stichtag am 9. Mai eignet sich natürlich auch für eine sehr schöne Aktion. Ich denke, da werden wir auch noch irgendwas machen werden, die dann irgendwie auch größer in der Presse sein wird. Ansonsten lade ich alle ein, da auf den angebildeten, abgebildeten Domains sich zu besuchen. FOBO 11 ist von Michael und Zensus 11 ist sozusagen die vom AK Zensus. enthalten beide nochmal sehr viele Informationen. Dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Es wurde in den 80er-Jahren schon gemacht, dass man anstatt die Fragebögen einfach so mit irgendwie auszufüllen, hat man die Daten zwar angegeben, aber in einer anderen Form. Man hat einen schönen Brief geschrieben. Man hat also geschrieben, hallo, ich bin der und der, ich wohne da und da. Das ist natürlich so, dass das überhaupt nicht automatisch auswertbar ist. Da müsste also theoretisch jemand hinsetzen sich und das Ganze schön irgendwie in den Computer tippen oder damals dann irgendwie ausfüllen. Heutzutage macht man das anders. Heutzutage gibt es dafür irgendwie Leute, die fähig sind, wie zum Beispiel HC hier in der ersten Reihe und die programmieren einem dann einen Antwortgenerator. Den werden wir auch gleich noch vorstellen. Das kleine Problem ist, rechtlich habe ich das jetzt noch nicht endgültig klären können, wie das aussieht. Also es gibt in den Bundesstatistikgesetzen gibt es den Pasus, dass ich verpflichtet bin, wenn die Statistikbehörde mir das vorschreibt, bin ich verpflichtet, den Vordruck, den sie mir schicken, zu verwenden. Wir sind das jetzt gerade noch am klären, ob verwenden auch reicht, wenn ich diesen Brief dann da drauf drucke einfach. Unabhängig davon ist das aber natürlich ein sehr schöner Weg, um sozusagen zu sagen, ihr könnt mich mal, indem man halt so einfach sagt, hier sind doch meine Daten, was wollt ihr denn? Das Problem ist aber weiter, dass die Daten ja bereits in der Datenbank stehen. Die Stichproben, die mal mit Zensus durchgeführt werden, also diese Fragebögen, die verschickt werden, die einzig und allein dazu, die bereits bestehende Datenbank zu verbessern. Also die eigentliche Datenbank wird eben schon durch die Übertragung von dem Melderegister und so weiter erstellt. Die gibt es jetzt auch schon fast. Das heißt, natürlich werden irgendwie im Mai diese Briefbögen verschickt und ihr müsst dann das und das beantworten. Aber das wird nur verwendet, um die Datenbank, die schon existiert, zu verbessern. Das heißt, ich kann momentan, wie es aussieht, nicht verhindern, dass meine Daten in der Datenbank landen, wenn ich da nicht irgendwie mich abmelde und alles mögliche mache oder sterbe. Ja, nichtsdestotrotz finde ich das aber einfach so schön hackt, dass HC das bitte doch vorstellen sollte, wenn wir das jetzt irgendwie so ad hoc noch in den letzten zweieinhalb Sekunden hinkriegen, bevor hier unser Saalengel uns rausschmeißt. So, what could possibly go wrong, wenn man bei einer Live-Demo jetzt hier so den Stecker zieht und es woanders reinsteckt? Nein, wenn das der Einzige ist, was abstürzt, ist ja gut. Jetzt könnte ein Bild kommen. Oder auch nicht. Können wir bitte so eine Frage stellen? Ich glaube, ach guck mal, zu spät. Panporn. Das ist jetzt beispielhaft oder möchtest du das gleich erzählen? Ja, HC macht das. Okay, also wir haben jetzt erstmal nur ein paar Beispielfragen. Datenschutzrechtlich auch unbedenklich, das ist alles JavaScript, das heißt, wir brauchen jetzt hier auch keine Internetverbindung, damit das funktioniert. Das wird dann auch nicht auf dem Server gespeichert, was ja auch was Tolles ist, weil ich glaube, sonst wäre es glaube ich ein bisschen, wenn man sagt, hey, gib die Daten nicht an, aber uns, ist das so eine Vertrauenssache? Genau, das ist jetzt dann der ausformulierte Text. Und die Idee dabei ist, dass, also wir haben das ge-crowdsourced, das heißt, jeder kann neue Formulierungen für Fragen einreichen, über ein Webformular und da wird dann immer zufällig eine ausgewählt. Also man kann das auch ohne viel Aufwand nicht automatisiert auswerten, weil eben immer wieder neue Formulierungen auftauchen. Ja, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich existieren, dieses Tool dann. Wir sind noch dabei, verfolgt einfach mal die Webseiten, die da stehen und dann werden wir das hoffentlich zum Laufen bringen. Ja. Ja, wunderbar, dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten für Fragen aus dem Saal und auch Fragen aus den Peace Missions über die ganze Welt. Peace. Bitte hebt die Hand, wenn ihr Fragen habt, ich komme dann zu euch oder für den hinteren Teil kommt jemand anderes. Jetzt aber erstmal die Dame von vorhin, also das geht ja jetzt hier nicht. Mikro kommt. Hi, Dankeschön. Ich wollte nur noch mal die Präzisierung hinzufügen, dass natürlich es so ist, dass diese bescheuerte Ordnungsnummer da eingeführt wird, aber die Zensusleute behaupten von sich natürlich, ja, das wird ja sowieso alles nur für diese Zeit von vier Jahren gemacht. Die glauben auch daran, dass die Daten danach gelöscht werden, also manche von denen glauben jedenfalls daran und die glauben auch, dass niemand diese Daten irgendwie rausnehmen könnte und diese Ordnungsnummer bestehen bleibt. Das ist halt extrem schwierig in der Argumentation, weil aus deren Sicht ist es halt so, dass sie das alles total abgesichert haben und es kann überhaupt nichts passieren und es ist deswegen total schwierig, denen gegenüber aufzutreten mit der Ordnungsnummer und dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, weil die dann in ihrer Argumentation sagen, ja, aber wir machen das ja gar nicht für die Ewigkeit, sondern bei uns wird es ja dann gelöscht und solange halt da kein Fuck-up passiert, sind die halt sozusagen nicht zu bekehren und sehen auch diesen Vergleich nicht. Das ist halt sehr, sehr schwierig in der Darstellung. Es wäre jetzt natürlich leicht, das da irgendwie zu strafbaren Handlungen aufzurufen, was natürlich dann auch irgendwie uns vielleicht vor der nächsten Volkszählung bewahrt, aber ich kann das natürlich aus rechtlichen Gründen auf keinen Fall befürworten, dass er da jetzt irgendwie die Ordnungsnummern ins Internet packt. Volkszählungsleak.org. Ist hier noch frei? Kann man nicht mal kommen? Nächste Frage, bitte. Genau, die nächste Frage stammt von einer der Peace Missions und Gregor wird sie uns vorlesen. Ja, also die Frage kommt sogar eigentlich hier noch aus dem BCC, nämlich aus dem Himmel unten. Ich dachte, dass wir in Peace Missions wären was anderes. Ja, der Gekko hat gefragt, wer befragt eigentlich die Leute, die da rumlaufen, beziehungsweise was passiert mit dem, was die eigentlich herausfinden? Die einzelnen Gemeinden richten sogenannte Erhebungsstellen ein, die Erhebungsstellen sind halt für den lokalen Bereich zuständig und diese Erhebungsstellen rekrutieren Volkszähler, haben wir sie genannt. Ich glaube, offiziell ist die Bezeichnung Erhebungsbeauftragte. Und diese Volkszähler haben also die Aufgabe, Leuten zu helfen, die Schwierigkeiten haben, so einen Zettel auszufüllen, also Oma Erma oder so. Also es wird jedenfalls vermutet, dass die ganze jüngere Generation da überhaupt keine Probleme hat, weil man darf die Fragen auch über Internet eingeben. Man kriegt dann so einen Code und dann darf man auf so eine Internetseite, die darf man natürlich auch nicht angreifen, diese Internetseite, diese Internetseite sammelt also von der jüngeren Generation die Daten ein und die Leute, die damit Probleme haben, kriegen dann so Hilfe von diesem Volkszähler. Das ist in Amerika ganz lustig, die machen natürlich auch regelmäßige Volkszählungen und die machen das dann immer dann in dem Zeitraum, wo sie auch ihre Arbeitslosenstatistik erstellen, bringen die dann halt auch irgendwie so drei Prozent. Ja, auf jeden Fall, diese Volkszähler laufen halt rum und man ist auch gegenüber diesen Volkszählern erstmal zur Auskunft verpflichtet. Das Einzige, was man natürlich machen kann, ist, geben sie mir mal einen Zettel, ich mache das selbst. Das klappt halt beim ersten Mal, beim zweiten Mal da schon nicht mehr. Und diese Volkszähler dürfen zum Beispiel auch Nachbarn fragen, die Volkszähler dürfen auch zum Beispiel eben auf Klingelschilder gucken und können da halt so Ungereimheiten finden. Und diese ganzen Informationen, die da zusammengetragen werden, werden eben erstmal in der Erhebungsstelle in der Kommune gesammelt und von da an dann eben in die zentrale Datenbank überspielt. Vielleicht machen wir das ganz anders. Warum melden wir uns nicht alle als Volkszähler an? Es könnte ja passieren, dass uns mal den Stift verurspielt und irgendwas anderes reintragen würde in den Formularen, als das, was sein soll. Das kann man natürlich machen und das würde natürlich vielen Leuten helfen. Das Problem ist eben nur, wie ich dargestellt habe, die Daten stehen in der Datenbank. Die sind jetzt schon in der Datenbank. Das heißt, die Sachen, die auf diesen Papierzetteln erfasst werden, sind nur zur Verifizierung der Datenbank. Das heißt, wenn da irgendwie Sachen auftauchen, die gar nicht stimmen oder so, wird das dann einfach nur dazu führen, dass das nochmal intensiver überprüft wird, ob jetzt die Schreibung vom Nachnamen richtig ist zum Beispiel. Also gerade bei Leuten, die jetzt nicht Schmidt oder Müller, gut, Schmidt wäre ja schon ein super Beispiel, da kann es halt sein, da steht ja DT, TT, was weiß ich auch immer. Und wenn da halt irgendwie Abweichungen auftreten, dann ist das halt etwas, was dann eher zur intensiveren Analyse führt, als irgendwie den Leuten hilft, denke ich. Wir haben noch eine weitere Frage von den Peace Missions, hoffentlich vielleicht diesmal. Aus dem Hinterzimmer jetzt? Genau. Diesmal ist sie auch von ein bisschen weiter her. Das ist von einer kleinen privaten Peace Missions bei München. Da fragt der Xerox, wie ist das eigentlich? Es gibt da bestimmt auch Leute, die nicht als Volksziele in Frage kommen. Wer wäre da betroffen oder wer kommt da nicht in Frage? Leute, die hier im Vortragsraum sitzen. Nein. Das habe ich vorhin schon kurz auf einer Folie gehabt. Die Auswahlkriterien sind erschreckend niedrig. Also das sind relativ allgemeine Plätze, die da in den meisten Sachen drinstehen. So irgendwie sollte vertrauenswürdig oder so irgendwas sein. Aber im Endeffekt werden sie halt jeden nehmen. Also weil sie brauchen irgendwie allein in NRW, glaube ich, 20.000 Volkszähler. Das heißt, sie können da jetzt nicht irgendwie die Creme der Creme nehmen. Das hat ja auch nicht jeder Zeit, jetzt irgendwie da noch als Volkszähler zu arbeiten. Auch wenn sie das eben als Ehrenamt darstellen und auch wenn sie theoretisch die Möglichkeit haben, die Leute zwangszuverpflichten, wie es auch zum Beispiel bei Wahlwahlen stattfindet. Also als Wahlhelfer kann man ja auch zwangsverpflichtet werden, wenn keiner andere Zeit hat. So werden sie es auch bei Volkszähler machen können. Aber im Endeffekt wird das halt eben arbeitslose Studenten und vielleicht eben auch noch Angestellte, die schon bei der Kommune arbeiten. Also Grünschnittamt oder irgend so was. Aber man muss davon ausgehen, dass sie eher die Standards senken werden, als da irgendwie auf Leute zu verzichten, wenn sie sie brauchen. Wir haben jetzt leider nur noch Zeit für eine letzte Frage. Ich bitte um kurz zu fassen. Kurz. Du hattest die Finanzämter erwähnt vorhin. Fälschlicherweise sind die in irgendeiner Form involviert. Nee, das war ein Fehler meinerseits. Also was übertragen wird, ist von der Bundesagentur für Arbeit eben zum Beispiel deinen Arbeitsstatus. Also ob du arbeitslos bist, ob du selbstständig bist, ob du Angestellter bist, ob du Geschäftsführer bist, ob du sowas bist. Das wird übertragen. Es wird nicht das Einkommen übertragen. Es war einfach nur ein Lapsus, Entschuldigung. Gut, dann wären wir am Ende der Stunde. Wir danken ganz herzlich unserem Redner, Unicorn. Wir danken ganz herzlich.